1 Willi! 2 Haben Sie ihn gesehen? Im Kellerloch, im Dunkel wachend, blicke ich hinaus aus meinem Fenster hier. Der Wald droht, doch drüber schwebt mein unheimlicher Freund. Entschuldigen Sie. Der Mond. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Lächeln des Antlitz weichen nichts. Ich bin unzäulich. Ich bin auch nicht da. Ich bin unzäulich. Erst verschwindet ein Tier, ein unschuldiges Tier. Niemand tut etwas, alle verschließen ihr Herz. Wir müssen uns fragen, wem trifft es als nächstes? Vielleicht wusste er ja gar nicht über den Zaun. Sie will nicht. Es war immer das im Haus. Anna, hättest du sie gerne als Nachbarn, wenn es dein Stockwerk wäre? Wir lächeln. Wir scherzen. Wir gießen die Blumen. Wir sind lebenswerte Nachbarn. Sind Sie Mutter? Ja. Dann wissen Sie doch noch, wie es ist, da draußen ein Kind großzuziehen. Insgesamt schienen Sie mir angespannt. Er schien verzweifelt. Wir trinken nur zu besonderen Anlässen und dann nur aus ganz kleinen Gläsern. Sehen Sie sich ihn an. Ich meine, wenn man das nicht mehrmals auf dem Boden ist. Es ist nicht mehr, wenn man das nicht mehr so ist, da draußen ist. Dann ist es nicht mehr so. Ich lege, wenn sie sich nicht mehr so aussehen. Ich muss das nicht mehr so aussehen. Stimmen Sie sich also schon mal ein und wir sehen uns gleich. Es wird ein großer Spaß.